Grüß Gott meine Damen und Herren, mein Name ist Richard Weigersdorfer, ich bin Verleger und Pendel-Experte. Und heute stelle ich einfach einmal die These auf, jeder Mensch kann pendeln. Es ist natürlich für viele, die jetzt vielleicht zuschauen, schon so ein großes Fragezeichen mit dabei. Ich, und soll pendeln können, glaube ich nie. Ich erkläre Ihnen aber jetzt, was beim Pendeln überhaupt geschieht und warum man pendeln kann. Und erzähle Ihnen auch etwas über die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und dass man am Anfang sehr viele Fehler machen kann. Es ist ungefähr so, als wenn Sie einen Hubschrauber kriegen, nehmen Sie ein bisschen undraumatisch, einen Ferngesteuer da und Sie drehen umeinander und der steigt hoch und nach einer Minute haben Sie dann die nächste Wand gefahren, weil Sie einfach keine Erfahrung haben. So ist es auch mit Pendeln, wenn irgendeine Freundin in einem Pendel rauszieht und sagt, ja, probier doch einmal und sagt, naja, bei dir geht es auch und dann probiert man alles Mögliche und hängt dann spätestens zehn Minuten später mit seinen Ergebnissen an der Wand, weil nichts mehr stimmt, weil man alles hinterfragt und dann am Schluss sagt, ich kann nicht pendeln. Also die erste Forderung oder die erste Wahrnehmung, die wir machen müssen, ist, dass wir einmal wissen, was überhaupt pendelt. Und pendeln tut in erster Linie unser Unterbewusstsein. Und wenn ich jetzt einmal einen Strich von einen Zentimeter mache und sage, das ist die bewusste Wahrnehmung, wie groß glauben Sie, dass im Verhältnis dazu die unterbewusste Wahrnehmung ist? Ich sage es Ihnen, das sind acht Meter. Also was Sie bewusst wahrnehmen, ist ein Zentimeter und unterbewusst nehmen Sie acht Meter Spektrum wahr. Wenn wir uns vorstellen, jedes Härchen signalisiert uns was. Wir riechen, wir fühlen, wir spüren den Untergrund, wir spüren die Textilien auf dem Körper, wir spüren die Luftfeuchtigkeit, wie die Temperatur ist. Also wir kriegen ganz, ganz, ganz viele Wahrnehmungen, die wir aber gar nicht mehr in diesem Bewusstseinsbereich wahrnehmen, die aber unser Unterbewusstsein sehr wohl wahrnehmen und darauf reagiert. Wenn es uns zum Beispiel zu kalt ist, dass wir dann so den Impuls kriegen, zieh dich ein bisschen wärmer an oder dreh die Heizung hoch. Und wenn wir pendeln, dann fragen wir praktisch unser Unterbewusstsein, was ist jetzt da eigentlich los, weil es wir bewusst nicht mitkriegen. Es ist also überhaupt nichts Mysteriöses, sondern nur ein Erweitern meines Spektrums und das nehme ich, diese Abfrage mache ich mit einem Pendel. Und damit wir das auch erfahren und glauben können, ich habe so eine kleine Pendelschule verlegt, die gibt es schon seit Jahrzehnten, die hat die Lena Lieblich damals geschrieben und da sind zehn Karten drin und ein kleiner Pendel und da kann man das Pendeln lernen damit. Und die erste Karte, die bildet also einen Kreis ab und man hält den, das Pendel, ich weiß nicht, ich sage es einmal so, einmal so, darüber und denkt nichts, sondern stellt sich nur vor, dass der Pendel im Kreis schwingt und der fängt dann auch ziemlich schnell an, im Kreis zu schwingen, ohne dass ich jetzt bewusst meine Hand führe. Sie können also selber auch üben, nehmen Sie einen Ring oder einen Pendel, zeichnen Sie einen Kreis auf und halten ihn drüber und stellen Sie sich einfach diesen Kreis vor, Sie sehen ihn vor sich und Sie machen nichts damit und Sie stellen sich vor, dass der Pendel in diesem Kreis schwingt. Also nicht bewusst machen über den Kopf, sondern einfach nur, der schwingt so und Sie werden merken, dass der ganz schnell anfängt in diesem Kreis zu schwingen, weil der Unterbewusstsein Ihre Hand ganz mikrofein bewegt und damit diesen Pendelausschlag erzeugt. Dasselbe kann man dann natürlich auch machen mit waagerechten oder senkrechten Linien. Wenn Sie da so ein bisschen geübt haben, dass Sie einfach Ihr Unterbewusstsein dazu bringen, dass es einen Kreis darstellt, einen senkrechten oder einen waagerechten Strich, dann haben Sie schon ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass irgendwas in Ihnen etwas macht, was Sie selber nicht bewusst machen. Und das ist schon einmal ein toller, schöner Lerneffekt, weil ich weiß, aha, ich bin gar nicht verantwortlich für den Ausschlag, sondern es ist mein Unterbewusstsein, meine Vorstellungskraft, das, was ich hier in diesen acht Metern abtaste, das bringt mich dazu, mich so fein zu bewegen, dass ich es selber gar nicht merke. Dass also noch in Ihnen eine Instanz ist, die irgendetwas machen kann. Die lässt Sie zum Beispiel auch, wenn Sie da hinten was spüren, dass Sie es juckt, die lässt Sie auch hingreifen und da ein bisschen kratzen, weil es da gerade juckt. Geht nicht über den Kopf, das geht unterbewusst. Auch die ganzen Bewegungen, Ballase halten und so. Und hier nehmen wir diese unterbewusste Seite von uns, um einfach einmal hier diese Bewegung ausführen zu lassen. Das ist jetzt schon einmal toll. Wir haben unser Unterbewusstsein dazu gebracht, dass sie eine bestimmte Pendelfigur macht. Und der zweite Schritt ist jetzt, die Kommunikation mit unserem Unterbewusstsein aufzunehmen. Und wir müssen uns vorstellen, unser Unterbewusstsein ist so wie ein kleines Kind noch ein bisschen. Es ist verspielt, es macht allen möglichen Blödsinn und wir müssen jetzt mit unserem Unterbewusstsein reden. Und jetzt wäre die erste Frage, wenn man irgendwas fragen will, dass man sich über den Modus einigt. Zum Beispiel hält man das Pendel ruhig und sagt mir, du Unterbewusstsein, ich möchte gerne mit dir arbeiten, zeig mir bitte, was für dich Ja ist. Bei mir ist es ein Kreis, der wo rechts herum dreht. Wenn mein Unterbewusstsein Ja sagt, dann dreht es einen Rechtskreis und ich weiß, das heißt Ja. Dann sage ich, du und jetzt sag mir bitte noch, was heißt Nein? Und Nein ist bei mir der trennende Strich. Das kann bei Ihnen ganz anders sein. Das müssen halt Sie mit Ihrem Unterbewusstsein ausmachen. Das eine sagt, wenn es nickt und wenn es schüttelt, dann ist Nein, das ist Ja. Kann genauso gelten, weil Sie machen ja den Modus aus, was bedeutet für mich und mein Unterbewusstsein, also was bedeutet für uns zwei, ich im Personalunion jetzt mit meinem Unterbewusstsein, was heißt Ja und was heißt Nein und an das halte ich mich. Und dann habe ich schon einmal zwei Dinge, ich kann mein Unterbewusstsein fragen Ja oder Nein und das Dritte ist, es gibt manchmal Dinge, die weiß unser Unterbewusstsein auch nicht und wenn Sie es nicht weiß, was heißt keine Antwort und keine Antwort heißt bei mir nichts, das rührt sich nicht. Also ich habe diese drei Größen Ja, Nein und keine Antwort und die legen Sie für sich auch einmal fest. Und dann können Sie immer wieder sagen, ich heiße Richard, ich heiße Maria, ich heiße Anton, ich heiße Weigersdorfer und dann können Sie so prüfen, ob die Aussagen, die Sie treffen, Ihr Unterbewusstsein als wahr oder als falsch angibt, indem Sie diese Pendelergebnisse machen. Jetzt müssen Sie aber aufpassen. Unser Unterbewusstsein, ich habe es Ihnen gesagt, ist wie ein Kind, es ist verspielt und es macht gerne Schabernack. Und wenn Ihr Unterbewusstsein auch so ein lustiges ist wie meines manchmal, dann muss man das schon wie einen jungen Hund so ein bisschen erziehen. Man muss es belobigen oder auch, weil unser Unterbewusstsein arbeitet nämlich gerne mit uns. Das ist total verspielt und macht es gerne. Und wenn ich jetzt sage, heiße ich Maria und es kommt ein Ja und ich weiß, es ist aber ein Nein, dann sage ich, du, das war nicht abgemacht, ich will mit dir nicht spielen, sondern ich will mit dir vernünftig arbeiten. Entweder hältst du dich an die Regeln und wir arbeiten vernünftig oder ich lasse es sein und dann bist du wieder allein und kannst allein dahin gradern und dann hast du mich nicht mehr als Spielkameraden. Und unser Unterbewusstsein will ja gerne mit uns kommunizieren und wird, wenn wir es erziehen, wenn es falsche Angaben macht, in solchen Dingen, wenn ich sage, ich esse gerne Spaghetti, na gut, bei mir kommt ja, aber wenn es jetzt ein Nein sagen würde, würde ich sagen, was soll denn das heißen? Weil ich esse wirklich gerne Spaghetti und da kann man üben. Und wichtig ist, dass Sie am Anfang nicht ganz viel verschiedene Dinge machen, sondern einfach einmal sich so rantasten, ich lerne mein Unterbewusstsein kennen, ich kriege Antworten auf meine Fragen, wo ich selber weiß, die sind richtig oder falsch. Und wenn Sie da ein gewisses Gefühl haben und dass auch eine konstante, richtige Antwort kommt, dass also dieses Verspielte so ein bisschen weg erzogen ist schon, weil wenn das irgendwann spielen anfängt und ich frage wirklich wichtige Dinge ab, für mich wichtige Dinge und mein Unterbewusstsein will ja ein bisschen spielen, dann ist das viel am Platz. Also man muss sich da wirklich verlassen können und wenn es einen Blödsinn macht, dann sage ich, gut, ich pendle heute nicht mehr mit dir. Oder ich mache ein Reinigungsritual, dass ich einfach einmal hergehe und sage, ich streife mich ab, alles was dranhängt und mich vielleicht stört, ich mache das weg, diese fremden Energien. Man kann ein paar mal tief atmen oder hier mit der Faust aufs Mikrofon klopfen, dass sie in der Lautsprecher lausfällt. Also dass man hier das so macht, wenn diese Thymusdrüse dahinter, wenn die aktiviert wird durchs Klopfen schüttet ganz viel Stabilitätsstoffe aus, die uns gut tun, die uns erden, die uns aufrecht machen. Also man kann auch ein Glas Wasser trinken oder schauen. Ja, was wichtig ist, wenn sie jetzt so üben, üben sie immer alleine. Wenn irgendjemand mit dabei steht und dann vielleicht noch Kommentare abgibt zu ihrem Pendeln, ist es ganz, ganz schlecht. Weil sie müssen ja sie und ihr Unterbewusstsein erst einmal zusammenfinden. Und die dritte Person hat da überhaupt nichts zu tun. Und Bemerkungen schon fünfmal nicht, die gehören also ganz hinten angestellt. Also wenn sie pendeln, machen sie es ganz allein für sich und machen sie nur das, dass sie einfach ins Vertrauen kommen mit ihrem Unterbewusstsein. Und sie werden merken, sie können mit der Zeit pendeln. Das Pendel wird einen Ausschlag bringen und es wird ihnen Antworten geben auf ihre gestellten Fragen, wo sie vorher schon wissen, was richtig oder falsch ist. Und wenn sie dann das Gefühl haben, es funktioniert jetzt, dann können sie einen nächsten Schritt machen. Wenn sie jetzt angenommen, wie versteinert da sind, es gibt solche Menschen, habe ich schon erlebt, die halten den Pendel und es passiert nichts. Die verkrampfen sich dann so, dass sie ja nichts manipulieren und die unterbinden dann ganz bewusst jeden Pendelausschlag. Und man soll ja auch ein bisschen locker sein und das ist gut, wenn man das Pendel am Anfang einfach einmal anstößt, irgendwas machen lässt. Das dreht sich dann einmal, ich denke jetzt an gar nichts und dann sage ich, heiße ich Maria und schon geht es auf die Nein. Wenn das Pendel in Bewegung ist, dass es dann die Richtung ändert, das ist viel leichter, als wenn es Außenstand diese gleich exakte Pendelbewegung einnehmen muss. Also stoßen Sie es ruhig einfach einmal an, lassen Sie es kreisen oder so und dann fangen Sie an, Fragen zu stellen. Und aus dieser Veränderung heraus, aus der Frage, geht die Veränderung des Pendels viel leichter, als wenn es von Null aus anfangen muss. Das ist noch so ein Anfängertrick, den man machen muss. Und wenn Sie einen erfahrenen Pendler zuschauen, da werden Sie auch merken, der fängt gleich an und dann fängt er erst zum Fragen an. Und das Pendel rührt sich schon lange und da hat er noch gar nicht gefragt, das macht er einfach einmal damit wie beim Radfahren. Früher ist man ein paar Schritte angeschoben und dann ist man aufgestiegen, dass ich dann einmal im Rollen war, wenn man nicht so sicher war, weil man aus dem Stand nicht so wegfahren konnte. Ähnlich ist es hier mit dem Pendel. Einfach anschieben und dann pendeln. Dann haben Sie hier schon einmal Verbindung zu Ihrem Unterbewusstsein aufgebaut, Sie kriegen schon Ergebnisse. Und dann werden Sie sagen, was soll denn das? Ich weiß ja, dass ich Richard heiße oder ich weiß ja, dass ich Maria heiße. Da brauche ich nicht lange pendeln. Aber das soll einfach nur Ihre Vertrautheit mit Ihrem 8 Meter Unterbewusstsein herstellen. Und nun können Sie hergehen und Beziehungen testen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, dieser Apfel ist der gut für mich, wenn ich den jetzt essen würde. Beim Pendeln stellt man immer eindeutige Fragen. Also nicht, soll ich den essen oder soll ich ihn nicht essen? Was soll jetzt Pendel sagen? Das geht nicht. Am besten stellt sich das sogar vor, weil ja unser Unterbewusstsein diese Vorstellung hat. Ich stelle mir jetzt vor, ich beiße in diesen Apfel rein. Ist das gut für mich? Das signalisiert man sogar gleich mit Speichelfluss, weil der vielleicht ein bisschen säuerlich ist. Und es kommt ein Ja raus. Wenn jetzt ein Nein rauskommt, weil ich vielleicht eine Allergie gegen Apfel habe, dann würde da ein Nein kommen. Wenn ich das weiß, dann ist das eh schon beantwortet. Aber ich kann auch andere Lebensmittel durchtesten. Und ich frage dann immer, ist das, wenn ich das jetzt im Augenblick zu mir nehmen würde, gut? Und da kann zum Beispiel beim Apfel auch rauskommen, dass das im Augenblick nicht gut ist. Deshalb muss ich keine Allergie haben. Aber es ist vielleicht mein Unterbewusstsein sagt, naja, ich habe jetzt da ungefähr 17 Meter Spaghetti und 4 Schöpfel Tomatensauce im Bauch drin. Und wenn ich da jetzt einen Apfel dazu esse, dann kommt es vielleicht so ein Gärungsprozess und das stört meine Verdauung. Also sage ich, soll ich den Apfel jetzt essen? Kommt ein Nein. Wenn Sie eine Stunde warten und fragen Sie, dann soll ich den Apfel jetzt essen? Kann ein Ja kommen. Also es wird Ihnen immer unmittelbar Antwort geben auf Ihr System. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, jeder Mensch kann pendeln. Das ist jetzt der Apfel. Wenn ich frage, wie stehe ich zu diesem Ding in Beziehung? Und dann frage ich ja nur ab, was mein Unterbewusstsein, meine 8 Meter Unterbewusstsein spüren. Wie schwinge ich dazu? Oder wie bin ich in Disharmonie dazu? Und mehr macht das Pendel nicht. Und diese Abfrage, ob etwas für mich Gutes oder Schlechtes, kann jeder Mensch machen. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der nicht in der Lage ist, selber für sich eine Beziehung abzutesten. Und wenn Sie das machen und üben und keinen anderen Blödsinn machen, dann werden Sie ganz großes Vertrauen finden. Und Sie können dann auch abfragen, welche homöopathischen Mittel soll ich einnehmen? Sie stellen sich dann vor, bei Ladonna, die 6, ist das gut für mich? Oder soll ich... Sie können alles abfragen, wenn es immer im geschlossenen System dieses Mittel und Sie und wie stehe ich zu diesem Mittel? Und wenn Sie da bleiben, dann werden Sie ganz glücklich sein und ganz viele gute Antworten für sich kriegen. Es geht auch dann, soll ich das Buch lesen, soll ich irgendwie spazieren gehen oder soll ich lieber in die Badewanne gehen? Sie können wirklich alle Sie betreffenden Fragen ganz sicher abklären. Und Sie werden ein ganz großes Vertrauen in Ihre Pendelfähigkeit finden, wenn Sie auf dieser Ebene bleiben. Ich habe einen vierteiligen Pendelkurs auf DVD gemacht. Da erkläre ich dann ganz ausführlich die verschiedenen Ebenen noch. Und das erste, was wir jetzt hier gesprochen haben, ist also Beziehungstesten mit Pendel und Tensor, wo man also wirklich nur in dem System ist. Das zweite ist medizinisches Testen, das habe ich so getauft, weil das sehr viele Therapeuten anwenden. Und zwar sieht es dann so aus, dass ein Patient in die Praxis kommt und der hat am Herzen vielleicht ein bisschen Aua. Das tut ihm weh. Und Sie sind der Therapeut und sollen jetzt für den ein Medikament austesten. Jetzt sehen Sie schon, Sie müssen, das ist das Medikamentenfläschchen, Sie müssen jetzt feinstofflich oder Ihr Unterbewusstsein hat hier die ganz einfache Aufgabe zu sagen, passt es mir oder passt es mir nicht? Wenn Sie den zweiten Schritt gehen, dass Sie als Therapeut austesten, wie sieht diese Verbindung zwischen meinem Patienten und dem Medikament aus? Dann müssen Sie praktisch aus sich rausgehen, etwas austesten, was gar nicht zu Ihnen selber in Beziehung steht, sondern was zwischen diesen zwei Menschen in Beziehung steht. Und dass man hier eine vernünftige Pendelaussage bekommt, ist dieser Apfel für diesen Kameramann gut? Dann kann ich mich gar nicht mehr so sehr auf meine unterbewusste Wahrnehmung wie vorher zum Beispiel der Speichelfluss verlassen, weil das geht ja um den Kameramann und den Apfel und dann muss ich das abfragen. Und dann muss ich mich in deren Verbindung, Apfel-Kameramann, einklinken und hier eine Antwort bekommen. Und nur aufgrund dieser schematischen Darstellung sehen Sie, dass hier unser Unterbewusstsein etwas ganz anderes leisten muss, als wenn ich nur hier die Beziehung darstelle. Und das, dass ich für jemand anderes etwas austeste, würde ich einfach ganz weit hinten anstellen, das würde ich nicht machen, weil das einfach von der Anforderung ein vielfach Höheres ist, als wenn Sie nur Ihre eigene Beziehung austesten. Dann bleiben Sie bei Ihrer Beziehung austesten und Sie werden glücklich sein. Sie werden lange und viel Freude erleben mit Ihren Antworten. Sie werden ganz sicher in Ihrer Lebensmittelwahl, in Ihrer Freizeitwahl und überall sein, wenn Sie hier in diesem Bereich bleiben. Wenn Sie rausgehen und für andere Menschen etwas machen, wird es schwieriger und das muss man lernen, das muss man üben. Es gibt verschiedene Methoden. Wenn man dann noch weiter geht, der dritte Teil ist dann geistig-spirituelles Testen. Da ist es sogar so, dass ich dann noch sage, wenn ich jetzt hier die Zeitschiene habe von der Person, das war irgendwann einmal ein Baby. Und dann frage ich ab, was war da, als dieses Baby klein war. War da irgendeine Vergiftung, eine Störung? Also ich muss nicht nur erfüllen, was hier momentan zwischen den Medikamenten der Person abläuft, sondern ich muss die Zeitachse noch zurückgehen und schauen, was war in der Kindheit von dieser Person. Das ist also noch viel komplexer für uns zu erfüllen, was wirklich in der Kindheit dieser Person war und ob da irgendwie eine Ursache für eine Krankheit liegt, als wenn ich nur schaue, passt momentan das Medikament? Merken Sie die graduellen Unterschiede, wie groß die sind und was unser System, unsere acht Meter unterbewusst sind. In diesem Fall, wenn ich in die Kindheit von einem Patienten gehe, was ich da erpendeln muss. Und dasselbe geht natürlich auch in die Zukunft. Was wird da zukommen? Was wird da passieren? Also solche Dinge in die Zukunft oder in die Vergangenheit pendeln, würde ich einfach die Finger weglassen. Es gibt natürlich ganz mediale Menschen, die können mit dem Pendel oder die brauchen oft auch gar keinen Pendel, die können diese Zeitachse zurückgehen, die können das Ganze machen. Aber es gehört nicht in die Hände und in den Aufgabenbereich eines Anfängers, der das Pendeln lernen soll. Und vor allen Dingen, wenn Sie solche Sachen machen, dann werden Sie wie mit einem Hubschrauber fliegen, den mit hundertprozentiger Sicherheit an die Wand fahren, dass Sie einfach Pendelergebnisse bekommen, die Sie sich nicht wünschen, die falsch sind oder irgendwie anders. Und dann wird nämlich auch hier dieses Ergebnis erschüttert. Sie werden dann einfach kein Zutrauen mehr haben in Ihre eigene Pendelfähigkeit und irgendwann einmal das Pendel ganz zur Seite legen und sagen, ich kann nicht mehr richtig pendeln, das ist halt so bei mir weg. Und das ist natürlich schade, weil gerade dieses Erste, wo mein Leben angeht, wo stehe ich damit in Beziehung, das ist so unendlich wichtig. Aber man kann diese Arten zu pendeln auch lernen. Und da bin ich auch bereit, die Einschränkung hinzunehmen, dass das nicht jeder lernen kann, in die Vergangenheit zu gehen oder irgendwie für einen anderen das auszutesten. Wenn er sich die Mühe gebe und lang genug übt, könnte er das bestimmt auch lernen. Aber er will es halt nicht, das ist ihm nicht so wichtig. Aber hier, das müsste in relativ schneller Zeit erlernbar sein. Und wenn man dann die Finger von dem ganzen anderen Zeug lässt, dann ist man auf der sicheren Seite und glücklich. Was halt dann noch schlimmer wird, das ist dann, wenn Leute irgendwelche Beziehungen, ist das der Mann für die oder hat er mich betrogen mit der oder wie werden die nächsten Lottozahlen, dass man in solche Bereiche reingeht. Das ist natürlich dann schon haarsträubend und da sollte man auch aufpassen. Weil in den Augenblick, wo ich anfange zu pendeln über andere, mache ich mein Energiefeld auf, um ja diese Dinge zu erfüllen. Und in dieses geöffnete Energiefeld können natürlich dann Wesenheiten und Energien eben mich eindrängen, die gar nicht so angenehm sind. Das kann zu Besetzungen führen oder zu Irritationen. Und vor allen Dingen, man weiß auch nicht, wer da eindringt, mit welcher Intention der eindringt. Und es gibt halt im astralen Bereich auch sehr viele Wesen, die es uns nicht unbedingt gut meinen. Wenn Sie aber hier in dieser ersten Stufe bleiben, ich teste die Beziehung von irgendwas zu mir selber ab, dann sind Sie immer auf der richtigen Seite und dann haut das auch hin. Da bin ich überzeugt dafür. Und da möchte ich jetzt an der Stelle natürlich sagen, jeder Mensch kann pendeln lernen. Und zwar dieses Beziehungstesten. Ist das gut für mich oder ist das nicht gut für mich? In Bezug auf Lebensmittel, in Bezug auf Freizeitbeschäftigung, in Bezug auf Wohnraum, Schlafplatz, was auch immer man machen will. Sehr empfehlen kann ich Ihnen da die kleine Pendelschule, die ich vor langer Zeit einmal schon herausgegeben habe. Es sind zehn einfache Arbeitskarten, mit denen man auch ganz einfache Übungen macht. Es ist auch so ein kleiner Pendel mit dabei. Und wenn man sich diese Pendelschule, die kostet, ich weiß gar nicht wie viel, aber nicht besonders viel, dann kann man wirklich so hier das Pendeln lernen. Und ich gebe Ihnen die Garantie, wenn Sie hier sauber in dem Bereich bleiben, dann lernen Sie das auch mit dieser Pendelschule. Wenn Sie tiefer gehen wollen, wenn Sie Therapeut sind und für Ihre Patienten etwas austesten wollen, dann kaufen Sie sich vielleicht die DVD-Serie. Die gibt es in vierteiligen Sets sogar etwas preisgünstiger. Oder einfach, also die bauen schon aufeinander auf, also ich würde nicht jetzt die dritte DVD kaufen und mit der arbeiten und habe die anderen zwei noch nicht gesehen. Also schauen Sie, dass Sie, wenn dann das von vorne nach hinten durcharbeiten, weil einfach ganz viele Fragen beantwortet werden, die da sind. Und es gibt natürlich auch schöne Pendel, wie zum Beispiel der Pendel Maria, mit dem ich gerne arbeite, oder der Pendel Hans. Die sind etwas schwerer. Und wenn ein Pendel schwerer ist, dann ist er nicht so nervös. Die Ergebnisse werden sauberer. Und vor allen Dingen geben diese Energiependel selber Energie ab. Man laugt sich also bei der Arbeit nicht aus, sondern man kriegt wieder Energie zurück und bleibt stabil, sodass man auch lange Pendel- und Abfragearbeiten mit diesem Energiependel machen kann. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Erfolg bei Ihren ersten eigenen Versuchen. Und vielleicht sehen wir uns wieder einmal. Mein Name ist Richard Weigersdorf. Ich bin Verleger und Pendel-Experte. Ich bin Verleger und Pendel-Experte.